Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RobinsFinanzWelt. Heute habe ich wieder drei aktuelle Aktien für euch dabei und zwar geht es mir hier einmal um die Weichei Power Aktie, um die Nell Aktie und um Plug Power. Wir gehen so auf die wichtigsten aktuellen Infos ein und dann schaue ich mir natürlich auch hier den Jahreschart an, wo wir aktuell stehen. Und wie gesagt, so ein bisschen was hier aktuell los ist bei allen Unternehmen. Und wenn euch ein Video über meinen Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, würde mich natürlich mega freuen. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier direkt und zwar zuerst hier eben mit der Weichei Power Aktie. Wir stehen hier aktuell bei 1,83 Euro. Wir hatten hier am Freitag ein kleines Minus von 1,22 Prozent. Wir haben momentan wirklich einen deutlichen Abwärtstrend, den man sehen kann und zwar sehr, sehr radikal. Wir sind hier von 2,80 Euro. Beim Allzeithoch sind wir jetzt deutlich hier eben nach unten gekommen auf 1,80 Euro. Also hat sich hier wirklich einiges nach unten getan. Wir haben mittlerweile auch die 200-Tage-Linie und die 50-Tage-Linie nach unten durchbrochen, was natürlich von dem her gesehen immer sehr, sehr negativ erstmal zum Sehen ist, zumindest hier im kurzfristigen Chart. Wichtig ist jetzt zu schauen, ob man hier wieder über die 200- und über die 50-Tage-Linie drüber kommen kann. Momentan fehlen da so ein bisschen die Impulse. Man kriegt auch nicht wirklich so viele neue Nachrichten mit, auch hier zur Weichei Power Aktie beziehungsweise zum Unternehmen selber. Ich habe so ein paar Sachen dabei für euch, was jetzt einfach hier aktientechnisch momentan zum Kurs wichtig ist und wir müssen einfach schauen, wo die Reise hingeht. Grundsätzlich haben sie hier starke Wasserstoffbeteiligungen, auch für die Zukunft. Daher glaube ich, dass sie schon für die Zukunft sehr, sehr gut gerüstet sind und man könnte vielleicht in den nächsten Monaten irgendwann mal wieder das Allzeithoch testen. Aber jetzt muss man erstmal im kurzfristigen Bereich schauen, dass wir hier wieder über wichtige Grenzen drüber kommen. Ja und was ist hier so jetzt die Frage? Kommen die Bullen hier noch einmal zurück? Also kann die Aktie hier wieder steigen? Am 16. Februar hatte man hier eben das Hoch bei 2,85, was wir gerade gesehen haben. Anschließend wurde es nicht mehr erreicht. Also im Gegenteil, der Kurs ging in eine ganz, ganz starke, lange Abwärtsbewegung nach unten und am 11. Mai hatten wir hier den Tiefpunkt gehabt bei 1,66. Von da aus hat zwar eine kleine Erholung wieder stattgefunden, aber jetzt ist der Kurs so ein bisschen am stagnieren. Man war hier so ein bisschen auf Schadensbegrenzung bemüht. Es hat sich eben so ein kleiner Aufwärtstrend abgebildet bis 1,95. Da war dann auch dieser 50-Tages-Durchschnitt schon mal fast erreicht. Überwinden konnte man den wichtigen Widerstand leider nicht und daher ist der Kurs auch wieder nach unten gefallen. Also man sollte wirklich sich immer so als ganz, ganz wichtige Grenzen die 200-Tage- und die 50-Tage-Linie nehmen, weil das einfach wirklich sehr, sehr starke Unterstützungen und auf der anderen Seite sehr, sehr starke Widerstände sind. Im Gegenteil, der Kurs ist weiter zurückgefallen und zwar bis 1,79. Jetzt wieder ganz, ganz leicht angestiegen. Der kurzfristige Aufwärtstrend wurde jetzt hier einfach gebrochen. Man kann das Ganze nur, sage ich mal, nach oben hin retten, wenn jetzt hier ein nachhaltiger Anstieg über diese 50-Tage-Linie kommt, die aktuell bei 1,95 Euro liegt. Das sollte jetzt hier so den Bullen ein bisschen gelingen. Anschließend sollte dann versucht werden, hier das Hoch vom 19. April, das liegt bei 2,19 Euro, bis dahin fortzusetzen. Und von da aus, das wäre dann aber wirklich so der letzte Step, besteht dann eben die Möglichkeit, bis auf das Hoch vom Januar bei 2,38 Euro. Scheitert man daran, den 50-Tages-Durchschnitt jetzt so kurz und mittelfristig wieder zu erreichen, dann könnte man hier auch nochmal zurückfallen, bis auf das Tief vom 11. Mai bei 1,66 Euro. Kann das Ganze nicht behauptet werden mittelfristig, dann könnte es hier nochmal ins Dezember-Tief runtergehen, bis 1,54 Euro. Das sind zumindest mal so charttechnisch die wichtigsten Linien, die man beobachten sollte. Sonstige neue News habe ich hier leider nicht bekommen zur Weicherpower-Aktie. Deshalb war es mir einfach mal wichtig zu zeigen, wo so momentan ein bisschen die kurstechnischen Grenzen liegen. Schreibt mir gerne wieder unten in die Kommentare, ob ihr eine der drei Aktien selber im Depot habt, was ihr für die Zukunft denkt und was ihr allgemein zum Unternehmen sagt. Die zweite Aktie, die ich für euch dabei habe, ist hier die Nell- bzw. die Nell Asa-Aktie. Wir stehen hier bei 1,66 Euro aktuell. Auch hier hatten wir einen Abwärtstrend wieder weiterhin. Wir sind jetzt so ein bisschen stagnierend im Kurs, kann man sagen. Wir stehen bei minus 0,09 Prozent. Ganz, ganz wichtig ist es hier auch wieder den 50-Tages-Durchschnitt zu erreichen, damit hier einfach wieder eine Aufwärtsbewegung darüber stattfinden kann, müssen wir hier diese zwei wichtigen Linien erstmal wieder erreichen. Also aktuell stehen wir unter der 200- und unter der 50-Tages-Linie. Wenn wir uns anschauen, vor einem Jahr kommen wir ungefähr von einem ähnlichen Kurs her. Der Tiefstpunkt auf ein Jahr gesehen lag ja bei 1,42 Euro. Da sind wir noch leicht drüber. Aber jetzt bietet natürlich hier die Aktie auch wieder gewisses Potenzial bis hin zum letzten Allzeithoch, was bei 3,32 Euro lag. Man muss natürlich dazu sagen, die 3,32 Euro waren von der Bewertung natürlich überhaupt nicht gerechtfertigt. Im Verhältnis auch zum Umsatz, wenn man sich mal das Kurs-Umsatz-Verhältnis anschaut. Aber das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an. Ja, ist jetzt hier so ein bisschen die Gefahr nach unten. Momentan fehlen so ein bisschen die Impulse für die Nell Asa-Aktie. Man hat ja hier die Präsentation der Quartalsdaten gehabt. So neue Pressemeldungen danach hat man jetzt momentan wirklich nicht viel mitbekommen. Also auch hier recht ruhig aktuell. Daher tritt man hier auch so ein bisschen auf der Stelle. Aber immerhin hat hier die Beteiligung von Nell Asa an Nikola wieder Fahrt aufgenommen. Also sie sind ja hier an Nikola eben beteiligt. Und seit den Tiefs bei rund 10 US-Dollar konnte sich hier auch die Nikola-Aktie bis auf über 16 US-Dollar hochschrauben. Auch das hat natürlich Nell Asa ganz gut getan. Aber die Frage ist, so bleiben die Anleger momentan noch ein bisschen skeptisch bei Nell Asa. Es deutet einfach so ein bisschen darauf hin, dass die jüngsten Quartalsdaten sowie der Ausblick vom Management den Anlegern nicht so wirklich gefallen hat. Die Umsätze sind noch nicht so ganz in Fahrt gekommen, wie von den Anlegern hier im Zukunftsmarkt Wasserstoff erhofft wurden. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass trotzdem Nell Asa eine sehr, sehr starke Zukunft bevorstehen kann, dass sie ihre Kooperationen weiter ausbauen können und natürlich hier auch mehr Umsatz in die Kasse kommt. Das Einzige, was man hier natürlich im Wasserstoffbereich immer mit beachten muss, dass die Margen sehr, sehr schwierig zum Berechnen sind beziehungsweise auch deutlich geringer ausfallen wie in anderen Sektoren. Aber natürlich ist Wasserstoff ein ganz klarer Zukunftsmarkt und wenn sich das Ganze auch weiter durchsetzt, dann könnte Nell Asa ja einer zu den Big Playern gehören. Sie sind auf jeden Fall hier sich schön am Aufbauen. Natürlich passen momentan noch nicht ganz die Umsätze, aber sie generieren schon Umsätze und das Ganze könnte natürlich in Zukunft noch viel, viel weiter ausgebaut werden. Ja, es ist so, dass man natürlich schauen muss, man ist hier momentan mit einer Marktkapitalisierung von 24 Milliarden norwegischen Kronen in einem Verhältnis im geschätzten Umsatz für 2022 von 1,7 Milliarden norwegischen Kronen noch ambitioniert bewertet. Gewinne natürlich hat man hier noch keine, ist aber auch ganz normal, es ist noch ein junges Unternehmen beziehungsweise ist man hier noch ganz klar in der Wachstumsphase. Da ist für mich jetzt der Gewinn auch nicht so die Hauptrolle. Ich schaue mir da eher wirklich immer den Umsatz an, ich schaue mir so ein bisschen die Daten an, was geplant ist für die Zukunft und wann man hier vielleicht den Gewinn erreichen will, ist hier im Wasserstoffsektor noch sehr, sehr schwierig zu sagen. Wenn wir uns das jetzt aber mal anschauen, ich finde persönlich jetzt das Kursumsatzverhältnis gar nicht mal ganz so verkehrt, wenn wir uns das jetzt hier mit den Umsätzen mit 1,7 Milliarden Euro anschauen, dann liegt man hier irgendwo im Bereich von 13, 14 sowas und das ist für mich eigentlich für so einen Wachstumstitel recht in Ordnung, muss ich sagen. Unter 10 wäre es natürlich dann nochmal deutlich attraktiver. Ja, die letzte und dritte Aktie und Unternehmen, was ich für euch dabei habe, ist die Plug Power Aktie. Wir haben hier sogar ein kleines Plus am Freitag von 0,06 Prozent. Wir stehen bei 25,72 Euro und hier kann man jetzt wirklich einen schönen Aufwärtstrend wieder erkennen. Wir sind hier von unter 20 Euro, also irgendwo so um den 18-Euro-Bereich hergekommen, stehen jetzt wieder über 25 Euro, also so eine kleine Rallye gestartet und was hier jetzt auch ganz wichtig war, wir haben es hier, oder die Plug Power Aktie hat hier geschafft, die 50-Tage-Linie nach oben zu durchbrechen. Man steht jetzt hier sogar wieder an der 200-Tage-Linie, sollte die in den nächsten Handelstagen nach oben durchbrochen werden, dann könnte man hier eine weitere Aufwärtsbewegung starten. Auf jeden Fall konnte man hier so vom Tief jetzt wirklich ein bisschen wegkommen und wenn wir uns mal den Jahreschart anschauen, darf man auch nicht vergessen, dass wir vor einem Jahr von 4,34 Euro herkommen. Wir hatten zwischenzeitlich einen Multi-Bagger hier, wir standen bei 61,47 Euro, das war deutlich zu ambitioniert bewertet, aber wenn man uns jetzt den aktuellen Kurs anschaut, dann hat man hier vielleicht wieder Megapotenzial aufs letzte Allzeithoch und ich bin einfach gespannt, wie es hier weitergeht. Hier gibt es jetzt ein paar mehr neue News, also hier auch sehr, sehr positiv eigentlich, man hatte erstmal aber in den ersten Monaten des Jahres keinen leichten Stand, da waren natürlich die Korrekturen, aber die sind auch ganz, ganz normal und waren in der Höhe auch mehr als gesund, muss man sagen. Das Unternehmen an sich musste auch zudem mehrere Geschäftsabschlüsse der vergangenen Jahre korrigieren, da war ja so ein bisschen das in den Medien kursiert, was natürlich zwischenzeitlich auch stark auf den Kurs gelastet hat. Doch man konnte diese schwerwiegenden Korrekturen sehr, sehr schnell abschließen und Plug Power bestätigte weiterhin die langfristigen Aussichten aus und verfügen hier bereits natürlich auch über einen strategischen Investor, was natürlich für die Zukunft auch sehr, sehr wichtig ist. Dann hat Plug Power und Renault, die haben hier einen Joint Venture gegründet, also Anfang des Jahres hier 21, haben sie hier eben die bedeutende Kooperation mit Renault verkündet und jetzt wurde eben die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens hier in die Realität umgesetzt. Es trägt den Namen Hyvia und wird hier zu gleichen Teilen im Besitz von Plug Power und Renault sein, also 50-50-Aufteilung und Hyvia steht für HY, also wie Hydrogen, für Wasserstoff und für VIA, lateinisch für Straße, also für Wasserstoffstraßen und die Leitung übernimmt David Holderbach, der bei Renault hier in den Bereichen Strategie, Produkt und Vertrieb schon mehr als 20 Jahre auch Erfahrung gesammelt hat. Auch das ist natürlich sehr, sehr wichtig für Plug Power, dass hier auch ein Erfahrener mit an Bord ist. Bisher galt der Wasserstoff so vorwiegend als Lösung für den Schwerlastverkehr, aber Renault und Plug Power nehmen hier mit dem Joint Venture, was sie gegründet haben, ganz gezielt die Alltagsfahrzeuge ins Visier und als Vorteile führen sie hier die große Reichweite und eine kurze Betankungszeit, also 500 Kilometer in 5 Minuten, ist natürlich sehr, sehr stark, weil auch für uns ist es natürlich wichtiger als Nutzer, hier eine gewisse Reichweite der Autos zu haben und natürlich auch dementsprechend weit zu kommen und nicht vielleicht eine Stunde noch an irgendeiner Ladestation zu stehen. Und Hüver wird hier von Williason Frederic aus Frankreich geleitet, wo sich eben hier bereits Renaults Entwicklungs- und Technikzentrum befindet und in Flins wird hingegen die Prozessfertigungs- und die Logistikabteilung angesiedelt sein und bereits Ende diesen Jahres soll dann auch schon die Fertigung erster Brennstoffzellen beginnen. Das kann natürlich den Kurs hier für Plug Power auch nochmal beflügeln. Also wie gesagt, wir haben ja hier wirklich einen deutlichen Puffer zum letzten Allzeithoch. Ich bin gespannt, wie hier die Kooperation weitergeht. Ich glaube aber, dass das sehr, sehr positiv auf jeden Fall ausgehen kann. Und die Integration der Brennstoffzellen wird auch hier in Frankreich vorgenommen und erste Fahrzeuge werden hier im Werk Bertilli in Frankreich vom Band laufen und bereits Ende diesen Jahres möchte Renault drei Wasserstofffahrzeuge schon anbieten können. Dazu gehören dann zwei verschiedene Transporter-Versionen und eine Stadtbus-Variante. Also auf jeden Fall sehr, sehr stark und Renault setzt hier mit Elektro- und Wasserstoffautos auf eine zweigleisige Strategie, weil bis 2030 möchten sie hier in Europa bei leichten Wasserstoff-Nutzfahrzeugen einen Marktanteil von satten 30% erobern und neben den Brennstoffzellen wird hier Plug Power auch über das Joint Venture ebenfalls den Aufbau von Wasserstoff-Tankstellen und auch der Versorgung gewährleistet werden. Also ein Marktanteil von 30% bis 2030 wäre gigantisch. Also das lässt natürlich hier nochmal ganz andere Kurse widerspiegeln. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr von den drei Aktien hält, ob ihr sie vielleicht selber im Depot habt und wo ihr sie in der Zukunft seht. Und wenn euch mein Video, mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.